Ihr würdevoller Bestatter in Wittstock Unsere Firma Müritz Bestattungen in Wittstock ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Für unser Team rund um Thilo Brüsehafer ist der Tod allgegenwärtig und ein Teil, der zum Leben gehört. Vor allen Dingen sind wir aber mit den verschiedensten Situationen vertraut, die ein Trauerfall mit sich bringt. Daher kümmert sich unser Team verständnisvoll und individuell um sie. Denn eines liegt uns besonders am Herzen. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt und Ihre Wünsche und Fragen finden bei uns immer Gehör.